hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play dragon age inquisition so wir sind jetzt hier in den westgraden und müssen jetzt noch das letzte buch von circle finden und ich glaube in den westgraden war ich vorher noch gar nicht ich wundere mich warum ich überhaupt hin kann todeswurst kann ich auch nicht so viel war sehr wüste hier wie gesagt hier war ich noch gar nicht vorher oder doch in einer quest war ich doch schon mal hier und zwar ne war ich nicht war noch nie hier es war woanders wo ich deswegen mal hier war was das war was ich dachte gerade und das war warum ich muss da oben hin das heißt wahrscheinlich die töte dadurch ist das denn überhaupt eine hülle da oben da mal prüfen oh auch nicht schlecht jetzt auf jeden fall nicht weiter ich muss geradeaus weiter dann wahrscheinlich da erstmal ganz rum oder kommt direkt links rum ich komme auch hier schon rum ich bin ich in afghanistan ich glaube ich nehme ich da nämlich das ziel ich muss noch mal ein dings machen wäre das nicht ein geeigneter ort für ein lager es gibt nichts zu berichten dann kann ich da mal was und nochmal eine quest davon besucher dem erbauer sei dank ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen seid ihr auch hier um die wildnis zu beobachten ich denke ich habe eure vorräte gefunden ein toter mann in der wüste hatte das hier bei sich tot gesegnete andraste was ist mit marcus oder janet das sind schreckliche nachrichten ich bin frederic von serraux meines zeichens führender experte für draconologie in orlais ich kam mit einer expedition der universität hierher aber die anderen sind alle verschwunden und unsere arbeit ist ins stocken geraten weiß krallen plünderer haben den großteil unserer vorräte gestohlen ihr werdet mir doch helfen die ausrüstung zurück zu bekommen oder irgendjemand muss schließlich für den fortschritt der wissenschaft eintreten ich habe hier die vorräte auf die ihr gewartet habt aber ein teil unserer ausrüstung ist immer noch verschwunden falls ihr noch mehr findet lasst es mich bitte wissen eure kollegen sind verschwunden und in der gegend wimmelt es von plünderern solltet ihr wirklich alleine hier draußen sein ich weiß nicht was aus meinen geschätzten kollegen geworden ist aber mich haben die plünderer bis jetzt in ruhe gelassen ich habe auch graue wächter und fremde mit seltsamen schwarzen gewändern gesehen aber auch sie scheinen mich zu ignorieren ihr seid ein scholar was könnt ihr mir über diese gegend sagen die westgrate sind ein bemerkenswerter ort wie ihr zweifellos wisst sie sind der lebensraum vieler überwältigender kreaturen war gästs drachen phönixe sie gedeihen wo kaum etwas überlebt das land wurde durch die zweite verderbnis vergiftet aus jener zeit stammt auch die wächterfestung vor der verderbnis herrschte hier das alte reich vielleicht habe ich neulich deshalb einige teventeraner gesehen ich denke sie studieren die ruinen wir müssen unsere unterhaltung wohl vertagen alles klar warum sollten die banditen einen schularen in ruhe lassen das war's geiler interessant ich denke mal da vorne das rote ist das buch was ich suche ich gehe zu vivien zurück alles klar das kriege ich auch hin halt im moment feuer das eine ding da vorne ein wer hat das alles hierher geschafft Benatore da ist rotes lyrium und das mache ich auch eben noch mal kurz mit das ist dein ding alles klar jetzt kann ich aber zurück und da müssen wir mal mit vivien reden wovr websites klar sie werden sie war st sie 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 Das war's. und wie sie bekommen ich noch mal zu denen kommt die ist so oben ich glaube einen hoch und dann kann man hoffentlich irgendwann noch rein ah ja siehst du so dumm bin ich auch nicht es steht mir natürlich nicht zu aber wenn ich vielleicht eine kleine änderung hinsichtlich eures trainings vorschlagen dürfte ja eure verlorenen bücher wurden gefunden ich werde nicht vergessen dass ihr mir in dieser sache geholfen habt das versichere ich euch ich das hätten wir so das wurde erledigt das habe ich gesehen kann ich da unterspringen oh ja lol oh nein oh nein oh nein ich hoffe die aufnahme setzt sich im arsch Das werde ich wohl gleich sehen Scheiße Jetzt muss ich die Wahlreihe Wahlruhju Ich hatte ja zuletzt Coal Dann kommt das Dieblin an Dominion hatte ich Dann kommt das Dieblin an Und Krieger war zuletzt Dann kommt das Blackwall Alles klar Dann mach ich hinzu Jetzt mir schon Wir sind jetzt also wieder unter Kontrolle und die Templer drehen durch? Ich habe Ihnen exakt das ausgerichtet, was Ihr gesagt habt. Der Erbauer möge auf Euch herabflächen. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Eure Reise in die Stadt muss lang gewesen sein. Gibt es vielleicht irgendwelche Neuigkeiten aus dem Süden? Hier ist ein Brief von Alalie. Er ist bei seiner Familie in den Dales und in Sicherheit. Oh, mein Alalie. Oh, seid gesegnet. Die Dions werden sich dafür einsetzen, dass die Du Parakets in den Adelstand erhoben werden, Inquisitor. Ihr habt mein Wort. Und nun verzeiht bitte meine Eile, aber ich muss Alalies Worte lesen. Möge Euch der Erbauer beschützen. Okay, jetzt wieder zurück, Alter. Die ist ganz ungeweisene. Zurück zur Himmelsweste. Und mit Josephine reden. Das war's. Ja, ich bin der Engel der Erbauer. Ähm. Ja. machen wir erstmal dafür hüpfende frosch die wachen waren zwar rechtzeitig hier aber ich hätte wissen müssen dass die assassinen die dienerschaft unterwandern würden seid ihr sicher dass wir euch nicht verletzt haben sie haben mir nur einen schrecken eingejagt es kam alles so plötzlich liana hat mir einige bewacher zur seite gestellt es sieht aus als hätten sie mir das leben gerettet ich stehe tief in eurer schuldfeldwebel ich erfülle nur meine pflichtbotschafterin ich werde mit der meisterspionin über dieses mörderpack sprechen sie wird schon herausfinden wie sie hier reingekommen sind irgendwelche neuigkeiten aus dem haus der rohe inquisitor was müssen wir als nächstes tun um diese die parakets zu lords zu machen wir brauchen einen richter des königlichen hofes der uns dokumente beschafft die sie wieder in den adelstand erheben jetzt würde ich jetzt mal gucken wo geht es hier runter war ich da schon mal was ist das hier heute war es gar nicht so schlimm die köchin hatte richtig gute laune sie hat mich nicht mal angeschrien als mir die kelle runtergefallen ist ach das sind die ganzen dingen die ich gefunden habe die ganzen weine ok wo geht es hier hin ok das ist die küche voll viel äpfel jetzt gibt es nur gesundes essen war das ist wie gesagt hier war ich noch gar nicht die bibliothek ok ich glaube das wird später noch mal interessant hier die bibliothek kann mich der wahre an was erinnern das leistungs ist das wenn wir einen karten testen ins machen leiter und karte einen gefallen für richtig in die wege richter uns ist es nie nie ist das ist das ist vielleicht hier machen wir uns an die arbeit aber was mache ich denn jetzt raus kann ich denn auch in die andere städte noch ein wo ich noch nicht weil wir es gerade weil ich noch nicht ne gucke ich mache sturmküste jetzt gerade einmal ich hatte die beiden noch kurz eben außer direktor und da das ist nicht anders erst mal dahin okay magie vision kreos jetzt glaube ich jetzt da ist eine bolle wieder am start wir gehen in der wahl von vore roi roi hat oder Oh, hä? Oder ist er nicht? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Aber ich muss da oben irgendwo hin. Ich hab sogar tausend Nachrichten gekriegt. Später. Komm ich denn darum am besten hin? Komm ich hier durch die Schneide hoch? Oder? Durch den, durch den, durch den, durch den Ziel? Nee, muss da irgendwie außen rum. Irgendwie muss man da hochkommen. Ja. Ah. Mh. Alter. Diese Steine. Unglaublich. So. Hier muss das ja irgendwo sein dann. Stimmt in diese Hütte da. Es könnte nicht schaden sich hier mal umzusehen. Huch. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Ich hab hier die Schweineflasche. Ach hier, diese Schweineflasche. Es ist ja, noch was. Ich versteh. und finder sind noch alle am leben was ist das oben denn Eingesunde Lieder, ok. Schlangenstein. 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 Da ist irgendwo ein Feind, na klasse. Ach, da ist wahrscheinlich eine Hödeltunde, also der Feind, das ist schon mal ganz gut. Oh, Moment. Ich wollte nur springen. Das war im Lager der Wächter. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Okay, dann mal hier rüber reisen, ist doch die Zeit. Aber klar, reisen geht noch, aber so wirklich viel machen können wir hier nicht mehr. Da sieht man direkt unten. Okay. Okay. Das war's für heute. ... Genau. Ich sagte, dass ich nichts. Connons Bericht liegt bereit. Aber das werden wir in dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.